So, ich hatte mal wieder ein bisschen Lust auf Training Crusade, ich muss sagen, ähm, ich habe zwei, zwei Jahre, würde ich schon sagen, zwei Tage oder zweimal aufgespielt und, ähm, ja, ich weiß nicht, mehr dass ich drüber nachdenke, desto, dass du, ähm, ja, ich bin momentan gerade eher, oder besser gesagt, lieber auf, äh, PS-Liveau, muss ich ganz ehrlich sagen, und, ähm, Alter, was brauche ich denn hier für, für Questies? Hilfe. Die brauche ich, glaube ich, oder? Ne, was habe ich aktuell momentan? Diese, diese, okay, da habe ich noch ein paar, root, 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 irgendwas, wo sind die Dinger? Dump Tires, nein, Bandages, nein, hier, die kann ich abgeben, nice, okay, was gibt es, ein paar XP, naja, nicht schlecht, aber, ja, okay, was habe ich sonst noch momentan, habe ich sonst nichts zu abgeben? Ähm, ähm, ich glaube nicht mehr. Ähm, ne, passt, okay, ja gut, ich würde sagen, äh, wir laufen einfach ein bisschen, ähm, gut, okay, diese krassen XP werfen aktuell leider nicht an, dafür bin ich wahrscheinlich einfach, äh, zur falschen Zeit online, wir sind momentan 23.40. Das ist natürlich jetzt nicht gerade so die Primetime, aber gut, kann man mit leben. Äh, Party mit Link gibt's momentan leider auch nicht. Ah, ich bin blöd, warte mal, es gibt doch hier diesen Teleportpunkt nach, äh, Warum war ich eigentlich vorher wieder bei den, ich bin jetzt verwirrt irgendwie. Äh, ne, falsche Wüste. Äh, wo ist das Ding hier? Darkon Desert. Holy fuck, was ist das für ein Bild da? Leck mich im Arsch. So, Darkon Desert. Okay, ich war doch hier schon mal beim Level, oder? Oder bin ich jetzt gerade irgendwie blöd, oder habe ich das irgendwie geträumt? Ne, das kann nicht sein, eigentlich. Also, ich hätte schwören können, ich war ja schon mal. Und ich habe einfach gerade ein Déjà-vu oder so, keine Ahnung, irgendwie. Also, ich dachte mir, ich wäre schon mal gewesen. Ach Gott, Alter, irgendwie Link wäre schon geil. Oh, hier gibt's einfach gar nichts momentan. Gut, ich meine, momentan, was haben wir heute für einen Tag? Ich bin, ich bin komplett, komplett lost. Dienstag haben wir heute. Dienstag, Dienstag, Dienstag. Ja, okay, gut, ich kann natürlich nicht gerade erwarten, dass hier irgendwie ein paar hundert Spiele und dann sind. Aber ist okay. Äh, Upgrade kann man noch machen, merke ich gerade so. Ich meine, der Schaden generell ist ja jetzt schon ziemlich geil bei uns, also, äh, das ist jetzt nicht so genau das Problem, nicht so direkt das Problem, sagen wir mal so. Ähm, ich meine, die XP sind gleich, äh, 2, 4, 2, 4, verdammt, warum ist die Party fast leer? Wie heißt die hier? Ash 290. Oh, da ist eine mit Skills. Da will ich rein. Okay, so nice, okay. Also, mag ich einen Schaden? Alter, die Hitrate ist immer so was von bad. Warum ich nicht keinen Attack me hier momentan? What? Ja, was fehlt, ein bisschen. Das Ding fehlt. Okay, 3,9k Attack. Hä, es fehlt irgendwie noch immer was, oder? Was hab ich nur vergessen? Also irgendwas, glaub ich, fehlt. Ich hab nämlich letztens irgendwie, oder? Hab ich nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Okay, ist auch egal. Ähm, 94% pro Map, was kriegen wir momentan? Alter, die Hitrate ist immer richtig bad. Okay, wir kriegen 3% pro Map, das ist nice. Hitrate, 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 ähm, 25%. Ja, okay, bloß 3er Set, 50 Decks. Hab ich schon auf Level 20 gebufft. Ähm, Decks buff hab ich auch auf Level 20. Ach, wir kriegen mal das Bill Catrate, das ist schwierig, oder? Yay, develop, nice. Was bringt mir hier Rest 3 gleich nochmal? Problem ist halt, ich hab das andere erweckt. Ja, Boots sind halt ganz geil, das ist das Problem. Hm. Ähm, Quest, teleport, pet, filter, break, item. Alter. Vorschau alt plus links klick. So, ja, die Vorschau wollte ich jetzt nicht haben. Ach, das ist eh wieder weiblich, ach so ein Müll, man. Okay, ähm. Ich weiß nicht mehr genau, wo waren das hier, warte mal. Item-Vikita heißt das. Jetzt das im Boot erstmal wieder kennenlernen. Rest 3 Set. Das bringt 40% Critschaden, 5% Critschaden mehr. Gleiche Angriffskraft, kritische Trefferrate 20%, 5% mehr Crit, okay. Ach ne, 5% mehr Attack auch, okay. Ja, von allem 5% mehr und 15 STR, das bringt hier auch 15. Hm. Hm, hm, hm. Ich weiß halt nicht, ob das grad irgendwie Sinn macht. Ich mein, wir bräuchten halt ein Set auf, auf plus 5 oder so. Hier das nice, aber das auch auf plus 3. Ob das grad mal Sinn macht, das ist nochmal schnell ein neuer Set da wirken. Also jetzt mit Ampli wahrscheinlich sowieso nicht, deswegen lassen wir's auch erstmal. Ich denke, das macht das grad wahrscheinlich mehr als wenn wir erst ein bisschen warten. Scroll auf faste Pad. Lol. Wtf. So was gibt's. Ja gut, ich meine AP müssen drauf mit der Zeit. Wird schon. Weapon of Love. Perfekt. 42 mittlerweile schon. Alter, ich miss halt so viel, das ist irgendwie ein bisschen bad. Ah, die Quest hab ich auch nicht gemacht. Okay, hätte ich jetzt auch nicht machen können wegen, äh, Dingen sind hier. Äh, wegen Amplis. Aber ist okay. Ich mein, Flyfe ist halt irgendwie so, zumindest Gefühl ist es halt so, ähm. Ah, Element. Shit. Ah, fuck. Ich geh jetzt mal zu den anderen Monstern hier. Ähm. Ne, was ist das? Niedriger. Wtf. Ich bin dann in der, im Dark und Destiny, wo man komplett lost einfach. Ich, ich bin hier irgendwie so gefühlt alle zwei Jahre einmal oder so. Popcrunk, die Dinge haben kein Element. Die anderen haben irgendwie, was haben die? Feuer. Äh, äh, Wasser. Hm. Ähm. Wie machen wir das Ganze jetzt am besten? 99. Da machen wir einfach einen Blitz drauf am besten. Ich weiß nicht. Also ich mein, wahrscheinlich bringt es einfach gar nichts. Aber mir zumindest kommt es immer so vor, als würde Element einfach was bringen. Also, in Bezug auf Hitrate, aber das ist halt wahrscheinlich absolut, ähm. Ähm. Also ich mein, leider schon mal diese Damage-Boost. Schaut mal was an. Wir haben grad wie viel gemacht? 6, 7, 9k? Ich weiß nicht genau. Das waren wir 13k oder so. Ist immer so krass irgendwie. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, äh, ob es was bringt an Hitrate, aber zumindest so gefühlt. Wirklich so rein vom Gefühl her. Oder nicht. Also, mir kommt es zuvor, als würde ich mehr Hitten. Aber ich kann halt auch komplett falsch liegen. Ich mein, vielleicht ist es eine Hitten-Mechanik, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich würde jetzt nicht wieder irgendwie so, ähm, irgendwelche Halberheiten in die Welt setzen. All diese Viecher blocken schon mal wie Sau. Aber gut. Ich bin mir jetzt grad exakt nicht so ganz sicher, ob das wirklich so viel schneller geht, als da hinten. Das Pad-Level aber auch fast nicht, oder? Was kriegt denn das momentan? Boah, kriegt das wenig. 0,06 waren das grad. Hm, okay. Oh mein Gott, ey. Ich brauche irgendwie Hitrate. Aber wie? Kann ich, kann ich, kann ich erwecken, oder? Ah, Beats, wenn geil. Ah, der braucht nen Buffpad erstmal, damit ich Beats, äh, nutzen kann. Hm. Was haben wir sonst noch 4 Optionen? Wahrscheinlich relativ wenig, oder? Hm. Ja, Hitlevel ist auch behindert, Mann. Ne, es bringt nichts. Gehen wir vielleicht lieber wieder zurück irgendwie, bringt wahrscheinlich mehr. Ja. Ich meine Elemente und so, das ist ein bisschen scheiße, aber... Ach ne, das ist auch Wasser? Lol. Okay. Ja, voll informiert, wie immer. Man weiß es. Ich meine, ich hab's mir sogar vorangeschaut, was die für ein Element haben, und ich hab's einfach trotzdem nicht gecheckt. Ne, keine Akkus hier von diesen Popcranks. Warum mein Mann, der schon fast down ist? Alter, mein Hitrate ist einfach so schlecht, dass ich nie weiß, ob der jetzt einfach schon, ähm, weg, äh... eigentlich schon gar nicht mehr da ist, und mich ja grad nur so, so... Ghost-mäßig aktuell noch angreift. Oder weil einfach mein Hitrate so schlecht ist. Das ist ein bisschen bitte irgendwie. Alter, ich muss hier irgendwas für die Hitrate tun. Okay, ich hab Buff-Pad-Slot-Releases, das ist schon ganz geil. Ich glaub, ich muss mir irgendwie den Buff-Pad kaufen. Und am besten dann, ich weiß nicht, ob's Beads gibt. Ich glaub, Level-1-Beads, also, glaub ich, gab's irgendwie. Äh, falls ich jetzt nicht falsch lieg, aber... Ich, ich muss wirklich irgendwas tun hier für die Hitrate. Das ist nämlich echt nicht mehr witzig. Also die Hitrate momentan, die ist ja wirklich unter aller Sau, man. Das ist... Schon echt zum Schermann hier momentan. Oh, come on, Alter. Ich glaub, ich soll einfach mit Hop-Leveln oder so. Ja, hier, Instant-One-Hit. Easy. Und wir werden natürlich kein Geld verdienen, weil ich glaub, Hop kostet die ganze normal wie sonst auch im Offi. Oder? Kostet Hop? Ja, Hop. Hop kostet einiges sogar. Das machen wir nicht mehr rein. Das kriegen wir nicht mehr rein. Okay, ich level einfach weiter. Ich würd mal sagen, ähm... Ja, Restra... Ich mein, bis 105. Gab's Level-Downs? Wo ist der Perrin-Shop? Nicht der Shop. Dust-Cave-Key. Was ist das hier? Gab's hier schon immer. Weapon-Level-Up. Ne, ne. Level-Level-Level-Down. Level-Down gibt's nicht. Okay. Puh. 1 bis 150. Die kann man natürlich auch kaufen, weil ich mein, andererseits... Das ist eigentlich das einzige, was man mit Spieler-Kills kaufen kann. Äh, mit Monster-Kills mein ich. Also, wenn das die Level-Up-Scroll hier genutzt... Also, die Level-Down-Scroll genutzt haben für die Weapon-Level-Ups. Weil das ist halt minus 10. Ich dachte mir grad irgendwie so... Keine Ahnung, man kann die Waffe mit Down-Leveln oder so. Keine Ahnung. 5... Okay. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Wie kann man's leisten? Schon ein paar. Hm. Hm. Ich glaube, wenn das Ding nachher abgelaufen ist... Also gleich, dann machen wir noch schnell Daily Lunchen. Vielleicht kriegen wir aus dem Box noch irgendwas Cooles. Ich weiß nicht, ob da eigentlich irgendwie was Cooles rauskommen kann. Habe ich gerade momentan nicht so einen Überblick irgendwie. Aber... Keine Ahnung, vielleicht gibt's irgendwie Power-Ups oder so. Ah, ich erinnere mich gerade. Ich glaube, dieses... Also, das letzte Wochenende war irgendwie so ein Power-Up-Event. Was ich zufällig wieder verpasst habe. Weil ich, äh... Ja, was anderes gespielt habe. Oder nicht mal aufgenommen habe, um genauer zu sein. Hm. Tja, selbst schuld. Ne, ich muss sagen, ich finde es halt ganz cool, dass die hier so... Ja, zumindest so... Mehr oder weniger, äh, aktive Events haben. Bin ich euch gerade blöd oder hatte ich ihn nicht? Ach. Ach. Nice. Ich wollte jetzt sagen, normalerweise werden noch die Skills angezeigt. Ach, scheiße, Mann, ey. Pech gehabt, würde ich sagen. Hm. Ich meine, selbst diese 20% Link, damit springen halt wirklich schon so extrem viel hier momentan. Alter. Jetzt hat Ash auch wieder Skills, ich meine, das gibt es doch nicht. Okay, Ampli ist aus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Dungeon. Die Dinger hier meinte ich. Ich meine, so ein Buff-Pad-Transit wäre schon cool, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, wenn es rauskommen kann, aber wenn, dann wäre es cool. Hm. Something new. Okay. Strange Set, STR. Was ist das für ein Ding? LGA plus 10, 5 Perin. Ich muss sagen, die Preise sind ja echt... Ja, ich würde nicht sagen, die sind niedrig, aber... Ist erreichbar. Also, ich meine, 5 Perin kannst du auch im... Im Early Game erreichen. Warte, fuck. Das ist nicht das Ding, was ich gerade suche. Nicht direkt. Warum zur Hölle habe ich... Irgendwelche Buffs fehlen, glaube ich, oder? Ah ja, lol. Okay. Ähm... Hinten war der Dinger, glaube ich, oder? Genau. Ach, jetzt liegen die ganzen Leute wieder aneinander. Ich muss mir angewöhnen, einfach früher aufzunehmen. Das wäre wahrscheinlich das einfachste. Hab hier keine Scrolls, deswegen... Naja, egal. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir einfach in der Party noch drin bleiben können. Zumindest kurz. Hauen wir noch schnell die ganzen Bosse weg. Und dann passt das auch. Big Evil Soul. Ah ja, ein von 6 Bossen. Okay, nice. Oh, die Peene sind geil. Ich weiß nicht, ob die irgendwas tropfen können. Irgendwas brauchbares oder so. Genau. Dragon Ore. Ich habe gehört, die Dinger sollen gut sein. Oder wertvoll sein. Ich glaube, damals waren das irgendwie... Wie viel waren die wert? 10 Millionen oder eine Million? Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ein bisschen was zumindest. Level 80 ist das Ding. Level 100, glaube ich, schaffen wir trotzdem nicht. Hm. Ne, das war glaube ich auch gar nicht erstmal probieren. Würde ich mal zumindest sagen. Diese Dragon Mapster. What the fuck. Boah, die Hitrate. Ja, Hitrate ist momentan echt noch so ein Problem. Das ist wie Mafia halt. Wo es da wirklich dann so... Ja, wirklich ewig mehr oder weniger darum battlest, dass du halt dann Hitrate hoch kriegst. Das ist halt wirklich... Das ist... Oh, nice. Okay. FP Rate, Mann. Dex plus 4. Nehme ich mit. Kriegen wir's die noch down, oder? Kriegen wir's... Ja, kriegen wir nicht down. Ja, wisst du was? Oh, wir könnten da Kilo machen. Ne, es bringt jetzt... Ah. Das macht keinen Sinn. Dass man das Ding jetzt irgendwie auf... Auf Krampf killen. Bringt nix. Was war denn das hier grad für ein komisches Schaut? Slashes Arena Scoped Wanderwolf. 1, Wow. Okay. Naja. Ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.